Ja, hi Leute, es ist der Semtex hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Info-Video. Und zwar gibt es ein kleines technisches Problem beim Pitbull, deswegen ist der Stream heute nicht bei ihm auf seiner Streamseite, sondern bei mir. Und zwar diesmal auch ganz simpel einfach nur bei Twitch, weil es jetzt halt spontan ist. Und nicht das jetzt mit Sven.de und blablabla, weil ich das nicht so fix mache mit den Quakechats, sondern einfach nur eben stumpf bei Twitch machen wir das ganze Ding. Da sich nur kleine Mädchen streamtechnisch auf eine Zeit beschränken, wie hier so ein paar Stündchen oder sowas da, streame ich heute, bis mein Fläschchen leer ist oder der Semtex voll ist. Wollen wir nochmal schauen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich im Stream, wir spielen richtig, richtig viel LOL, weil dafür haben wir uns das Saufspiel eigentlich gedacht. Aber wir überlegen uns auch nochmal ein paar Dinger, die wir vielleicht nochmal irgendwie anders umsetzen können oder so. Müssen wir dann schauen, ich kann nichts versprechen, weil Stefanie nebenbei noch am Zocken ist, um sich zu beschäftigen. Das heißt, an die Konsolen werde ich wahrscheinlich nicht großartig rankommen, muss ich aber schauen, was da vielleicht noch klappt. Ob ich mir die Xbox vielleicht noch auf den Tisch holen oder sowas. Ich würde mal sagen, Leute, ich fange ja schon mal an, ich mache schon mal mein Fläschchen auf, mache das erste Bierchen, köpfe ich schon mal. Und wir sehen uns dann gleich, der Link ist unten in der Beschreibung drin, bis denn, tschöö.